Hallo, ich bin Titus und mache meinen Freiwilligendienst bei der Bahnhofsmission in Osnabrück. Nach dem Abitur habe ich mich für einen Freiwilligendienst entschieden, um den sozialen Bereich näher kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln fürs Leben. Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Ich helfe Menschen beim Umsteigen am Bahnhof und gebe Auskünfte. Innen drin gebe ich Brote aus, Kleidung, vermittle die Menschen in andere Einrichtungsstellen und mache Büroarbeiten, wie zum Beispiel Fahrkartenkauf. Zu uns kommen Menschen mit unterschiedlichen Problemen. Die Herausforderung dabei ist, schnell die passende Hilfe für den jeweiligen Menschen zu finden. Was mir sehr viel Spaß macht, ist sehr selbstständig zu arbeiten und die Arbeit mit den Kindern, zum Beispiel sie im Zug zu begleiten. Seitdem ich bei der Bahnhofsmission arbeite, nehme ich Menschen in sozialen Notlagen in der Gesellschaft viel bewusster wahr.